Wir werden die im Norden und Osten bis an den äußeren Verteidigungsring vorstoßene Sowjetverbände in einem rücksichtslosen, mit aller Kraft geführten Gewaltschlag zurückwerfen. Dann ist die 9. Armee verloren. Die Gruppe Steiner wird von Norden her angreifen und sich mit der 9. Armee vereinigen. Die 9. Armee ist nach Norden hin bewegungsunfähig. Die Feindkräfte übersteigen unsere Mannschaften um ein Zehnfaches. Wink soll mit der 12. Armee die Sache unterstützen. Dann haben wir seine Mannschaften. Die 12. Armee verschiebt nach Westen Richtung Elbe. Dann sollt ihr Armee bekehrt machen. Dann entlösen wir die Westfront. Haben sie noch zwei Fälle an einen Befehl? Ich glaube! Gegenüber! Wie soll es denn? Jetzt warum es noch etwas wird, dass ich in die Bibel die Stöpfer eventuell. was Musik